Gresens! Wessen Zeit ist das hier heute? Das ist nicht unsere Zeit! Wir müssen einen Umzug machen in Leipzig! Bis später! Ja, ja, der Gresi und der Micha kommen zu spät nach Oberhausen Von Leipzig statt von Düsseldorf Ist zwar super weit, aber das macht uns nichts aus Denn das ist unsere Zeit Ey, Mann, Dirk, sorry, dass ich heute so spät trat mit dem Umzug und alles. Habe ich heute irgendwas verpasst? Kein Ding. Vorhin, als wir hier angekommen sind, hab ich den Kühlschrank aufgemacht und das Warsteiner war schon perfekt vorgekühlt Das hast du verpasst. Wir sind heute Morgen hier angekommen, da war Vanessa May noch im Backstage Die waren noch am abbauen hier, die haben gestern Abend hier gespielt Mit der waren wir noch mal frühstücken und so Es ist lediglich Till Lindemann hier durchgelaufen und war so sauer und hat dann der Puppe den Kopf einfach abgerissen Martin, wessen Zeit ist das? Die schönen Tage war schon immer die Nächste Der Maturaten war schon immer der Beste Jetzt ist meine Zeit! Grüße! Grüße! Das ist unsere Zeit Was da geht und du bist unter meiner Haut Dangehörer los und Vertrauung vertraut Können wir uns ganz kurz vorstellen Wir sind hier auch alles Ja noch zweimal die Chance uns zu sehen in diesem Jahr am kommenden Freitag Tourabschluss in Nürnberg. In Nürnberg. Und am 14.12. der große Jahresabschuss in Düsseldorf im Kulb. Der Samstag ist nur heute für Ende. Denn wir sind für immer.